Hey, komm rein! Willkommen bei mir zu Hause! Hier wohnst du? Äh, okay. Ich ignoriere das mal. Fast hätte ich's vergessen. Ich hab ein neues Armband und auch eins für dich. Schätzchen, ohne Gold will ich es nicht. Schau mal, ich hab einen Ruf zu wahren. Das hat ja nicht mal Diamanten. Okay, vergiss es. Komm, wir gehen in die Küche. Wie findest du sie? Die ist so klein. Oh, möchtest du einen Lolli? Hm, welchen willst du wohl haben? Hier hast du. Das ist ein Lolli. Das ist unangenehm. Setzen wir uns. Ist nichts Besonderes, aber gemütlich. Das Zimmer meines Butlers ist schöner als das hier. Warte, ich weiß. Willst du mit dem Puppet spielen? Du nennst das ein Puppet? Schau dir das an. Daddy hat's extra für mich anfertigen lassen. Warum bemühe ich mich überhaupt? Das frage ich mich auch oft.